das ist ganz klar das ist definitiv kaffee aus überzeugung schon als kind war es mir total wichtig dass gerechtigkeit funktioniert also wenn irgendwas ungerecht war war ich schon als jugendlicher ganz schön unruhig und habe gedacht das kann doch wohl nicht wahr sein also gerechtigkeit ist für mich der motor in der spd zu sein mit der spd zusammen zu sein für die spd zu kämpfen und ja für die spd auch werbung zu machen ich habe zwei cds im auto die eine cd ist beethoven die andere cdc netflix kino definitiv ja ein brandenburg klar wenn man in schwed geboren ist wenn man in schwed lebt wenn man in schwed groß geworden ist dann weiß man dass brandenburg sehr groß ist aber dass brandenburg alle regionen vertritt dass wir in der politik für alle regionen und stark machen genauso für die die weit weg sind nämlich in schwed an der oder an der polnischen grenze für die die nah dran sind an berlin im spreewald in der lausitz das ist für mich ein brandenburg politik für ein land und nicht nur für eine klientel für eine region sondern echt dass alle menschen alle jungen leute die gleichen start chancen haben